Hey Leute, Equor hier und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist mein kleiner Freund und Helfer, der EOD-Bot. Namen hat er noch nicht wirklich. Ich habe euch ja im letzten Video mit ihm nach einem Namen gefragt. Die Namen, die mir am besten gefallen, beziehungsweise die mit dem Buchstaben am besten harmonieren. Während Eddie, der EOD-Bot oder Robert, der Roboter, könnte man auch mit Robby abkürzen. Fände ich eigentlich ganz nice. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon am besten findet. Und ja, dieses Video wieder mit dem kleinen Freund und Helfer. Ich dachte mir so letzte Nacht, Operation Metro 64 Spieler die Verplantheit der Spieler ausnutzen und einfach mal ein bisschen mit dem EOD-Bot rumdüsen. Das Ganze habe ich auch gemacht. Und ich sage euch, es sind wirklich ein paar lustige Sachen bei rausgekommen. Bei Operation Metro ist es wirklich so, dass die meisten Leute wirklich an einer Stelle stehen oder an einer Stelle liegen, mit dem M320 schießen, Granaten werfen und einfach nicht darauf achten, was an ihnen vorbeifährt oder was hinter ihnen passiert oder was auch immer da an ihnen vorbeischießt, sozusagen. Manchmal bin ich echt über die Treppen geflogen. Mein Plan bei der ganzen Sache war es erstmal natürlich so schnell wie möglich die Treppen runterzukommen und dann so schnell wie möglich nach hinten durchzufahren und das Ganze so ein bisschen zu umfahren, dass ich nicht die ganzen Leute vor mir habe, also von vorne killen muss, sondern dass ich ganz in Ruhe mich von hinten anschleichen kann und die Leute, die hier liegen, weglöten kann, wie den Kollegen hier. Die warten nur darauf, dass oben mal ein Kopf rausguckt oder irgendwas, was sich bewegt, damit sie mal eine Kugel abgeben können. Manche Leute haben auch einfach Dauerfeuer mit der LMG nach oben. Die kriegen dann auch ihre Packung, aber meistens sind die Leute hier wirklich total verplant und haben nur so einen ganz steifen Blick nach oben auf die Treppe und warten, dass sich da irgendwas bewegt. Viele stehen auch einfach nur da und schießen mit dem M320 hoch, bewegen sich nicht vom Fleck oder werfen dauerhaft Granaten hoch. Also die Leute sind hier wirklich ziemlich verplant. Den haben wir noch ganz schnell bekommen, den Sniper, wie gesagt, dem kleinen EOD-Bot entkommt keiner und ich sage es mal so, wenn man die Steuerung von dem kleinen Teil hier, von dem kleinen Ding hier so ein bisschen drin hat, dann ist es eigentlich kein Problem, die Treppen hoch oder runter zu kommen. Wobei man darauf achten muss, wenn man hochfahren will, falls die Gegner oben sind, dass man nicht mit Vollspeed hochfährt, weil diese Rolltreppe ist so ein kleines Katapult. Wenn man dann wirklich mit Vollspeed hochfährt, dann kann es sein, dass man in die Decke katapultiert wird und da hängen bleibt. Deshalb ist nach unten durchfahren meiner Meinung nach ein bisschen einfacher, weil diese Rolltreppe ist unberechenbar, sagen wir es einfach mal so. Ich habe das Ganze jetzt auf einem 64-Mann-Server gemacht, aber ohne Regeln. Also alles war erlaubt, M320, Granaten und so weiter. Deshalb war es auch manchmal schwer, sich durch die Granaten durchzukämpfen. Den Camper nehmen wir noch kurz mit. Gekämpft wird hier nicht, wenn mein kleiner Freund am Start ist. Ich stelle es mir wirklich auf einem Server ohne Explosiv, also ohne Granaten, ohne M320, leicht davor, da durchzukommen. Jetzt zum Abschluss. Ja, ihr seht schon, ich spule ein bisschen vor. Mein Plan war es, das Schlachtfeld komplett zu umfahren und auf die andere Seite der Schienen zu gelangen. Warum? Ganz einfach, da ist die eine bestimmte Stelle, jeder kennt sie, wo sich meistens, ja, ich sag mal zwischen 10 und 15 Leuten aufhalten und sich mit den Kollegen von oben bekriegen. Leider ist unser Team schon relativ weit vorgedrungen und für uns bleiben, ja, sozusagen nur noch die Reste übrig. Trotzdem, wir sind ja den weiten, weiten Weg nicht umsonst gefahren. Erledigen wir hier alles, was hier rumläuft oder rumkriecht. Ich sag ja, die Gegner sind hier ziemlich verplant. Die sind wirklich nur in ihrer eigenen Welt nur noch davon besessen, irgendwie zu schießen oder M320 oder Granaten. Ihr kennt ja das Spielchen, jeder kennt es. Der Kollege legt sich einfach vor uns hin. Eigentlich hätte er sehen sollen, dass ich den Kollegen von ihm weggelötet habe. Der hinter uns, der schießt auf uns, aber trifft anscheinend nicht. Den Kollegen nehmen wir auch noch schnell mit und damit verabschiede ich mich auch mit einem lauten Knall. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dann. Genießt den Flug. Wir sehen uns im nächsten Video.